Everyday I'm shufflin Everyday I'm shufflin Ähm Ja ich soll in Area 69 Reingehen Und da irgendwas klauen Und da Scheinwerfer sind da überall Und Leute Und jede Menge Ja Ähm Du musst vor 5 Uhr In die Forschungsdingens da eingedrungen sein Ja Ich muss jetzt hier quasi irgendwo rein Und ich werde sagen Ich snipe sie einfach alle weg Ganz Easy peasy Snip sie einfach weg Weißt du mal machen erst mal eine ganz kleine Scheinwerfer Ja Dein neuestes Let's Play bitte Ja Das ist toll hab ich ja eben schon erwähnt Das heißt in Street 2 Jo Voll So ich schalte sie grad alle mit meinem Präzisionsgewehr aus Damit wir hier nicht Damit wir hier nicht Asozial drauf gehen Da ist niemand Vorsichtig Da ist einer Ah Tod Da oben steht auch einer drauf Der campt da Asozial Nicht nett Mit dem Oh Da kommt was Da kommt einer Nein Niemals Niemand hat mich Niemand So ich habe eine Schallgedämpfe Pistol Ich hoffe dass mich niemand gesehen hat Ok ich wurde nicht mehr gesehen Ich wurde gerade ebenso gesehen so Ja ja da ist irgendwas aber doch nicht Äh jo Ich muss mich irgendwie da langschleichen So durch was wurde ich jetzt eigentlich gesehen War das Gewehr zu laut Keine Ahnung So hier musste Hier müsste eigentlich irgendwo einer So heimlich ausgeschaltet mit der Schallgedämpfe Pistol Und jetzt weiterlaufen Ok Sniper Bam Ich hoffe es war nicht so laut Ok es war laut Ha Wieder Heimlich ausgeschaltet Obwohl die mich bemerkt haben Aber ausgeschaltet So da steht einer Der sieht mich nicht Headshot Und Na Na Willst du mich verarschen Bam Headshot So Vorsichtig Und Wo geht es lang Da lang Und Da oben geht es rein Ja Lauf die Treppe nicht hoch Kein Problem So ich bin jetzt hier irgendwo drin Die gepanzertüren sollten jetzt geöffnet sein Du hast aber noch Oh jetzt wurde ich gesehen Jetzt muss ich gehen Jetzt muss ich mich beeilen Nein Niemals Ja super Jetzt bin ich höchstwahrscheinlich tot Wenn ich nicht hinter eine Deckung gehe So wie die hier Puh Schieß doch Ich bin jetzt Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Du wirst sterben Ja kannst du auch nicht Du wirst sterben Elendig wirst du sterben Oh so elendig wirst du sterben Es ist ganz schön elendig wie elendig du sterben wirst Ja die Scheinwerfer glaube ich haben mich Die Ficker haben mich Die Ficker Ja Alex vielleicht kannst du ja mal so einen kleinen Einblick in deine Zukunft gewähren Was wirst du so elektronische Projekte starten Mein Plan versus Zombies ist ja bei dir auch schon relativ weit Ja Also was wird da zum Beispiel so als nächstes kommen danach Also das müssen wir noch sehen Also ich weiß ja noch nicht Also Bioshock 2 wird höchstwahrscheinlich gestartet wenn Plan versus Zombies oder Dead Space fertig ist Das muss ich noch selber entscheiden Ähm Ja Ansonsten bin ich mir noch nicht sicher Da haben die Scheinwerfer mich immer noch Ja Ey die haben mich immer noch Ich stehe in nem Dingens Oder hinter dem Dingens Und die leuchten mich so An Ja Nein Komm 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 ganz ruhig 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 Ich hab nicht mehr viel Leben Einschusslich zum Tod Bumm Ich glaub der ist über mir der Pisser Oder Ich weiß es doch Komm her Gib ihm mit ner Sniper Äh ich auch ne Idee aber ich nehm mein Gewehr Wo ist der Pisser Wo ist der Der ist doch da irgendwo da oben Der ist doch irgendwo da oben Hä Hä Der traut sich nicht der Assi da hoch Äh ich will aber auch nicht jetzt gerade so Aha da ist er Ja Klar Also Ja Also ich schleicht mich da hoch Und er so Ah er schleicht sich hoch Ich muss jetzt also mich umdrehen Und sofort losschießen Weil ich weiß, dass er unbeobachtet ist und so Wie sind Sie von Granate geworfen? Äh, Granate? Das wäre ganz schön auffällig Ja, aber immerhin hätte ich das nicht erschossen Oder wie viele Leute wären dann wieder angerammt gekommen? Auf jeden Fall, das war schon ganz gut Wenn wir das ein paar Mal machen, kriegen wir das hin So, erstmal die Polizei verprügeln Und dann beenden wir auch diese Folge Nachdem der stirbt Nachdem er stirbt Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin, Leute, ciao So, Leute, willkommen zurück Okay, wir haben heute den Test Willkommen zurück zu GTA San Andreas Ich bin jetzt hier schon mal weitergegangen Anscheinend wurde ich gesehen, aber keine Wachleute kommen irgendwie zu mir So, da ist wieder einer tot Und ich mache es im Moment ganz gut Obwohl ich eigentlich gesehen werde Hier voll so verstrahlt Ich glaube, das ist doch noch ganz gut Gucken, ist hier noch irgendwas? Ja, hier ist noch einer Da ist aber niemand So, es geht jetzt hier runter, habe ich gehört Ah, Leben Durchquere, er begibt sich zum Forschungslabor Von dort in er erhältst du zum schwarzen Projekt Da sind mehrere Militärpatrouillen unterwegs Das ist ja natürlich super Oh Schön Einige Text Aktivieren dies für Fluchthelf Oh Schön Schön Hier werde ich nicht gesehen, oder was? Oh Oh, ne Minigun Joll Ich habe gehört, da sind keine mehr Hammergeil Mann bin ich gut Komm ich denn da hin? Oh Na, wer will noch Fick dich ins Knie Wo ist er? Wird noch einer Fick dich Das war wohl lang Da lang Sieht richtig aus Hab ich noch irgendwo Feinde? Nö Geht's denn lang? Na? Ne? Geht's denn da lang? Können alle Personel erinnern, dass der Quarantinbrecher am Test hat jetzt auf Montagmorgen geflogen? Na? Willst du noch einen? Hö, hö Oh Kann die Personel bitte sicher, dass sie alle Fenster schließen, bevor sie heute Morgen gehen? Gar nicht schon laut Lol Ist denn gleich da? Hat jemand gesehen, meinen screwdriver? Ich glaube, ich lasse ihn in der Kompromiss-Labze Wo das schwarze Projekt aufbautet wird, ist verschlossen und besorgt er eine Keycard, um sie zu öffnen Kein Problem Please, no more Vato! Doch Oh Oh Ja, damit Okay, dann gehen wir mal rein Befindet sich auf dem Boden des Raketenschachtes Code Red Code Red Intruder has penetrated the project All military personnel will launch me immediately Schießt niemand? Ach so, ja nur Das überlebe ich doch nie Das überlebe ich doch nie im Leben Irgendwas zum runterwerfen, so eine Granate Wow Okay Unten ist noch einer Ganz schön assi von dir Und unten Das sieht man jetzt nicht, aber sie sind tot Sie sind alle tot Hammer geil Lass es gehen Sag jetzt nicht, ich muss jetzt hier auch noch lebend rauskommen oder so Das wäre ganz schön assi Ist das ein Jetpack? Lol Du hast nicht gefunden, was der True gesagt hat Du musst fliehen, indem du mit dem Jetpack durch den Raketenschacht direkt Okay Okay Lolololol Hoch da, hoch da Oh Niemals Wollen mit dem Checkface seitwärts fliegen Und so Drücke links Ja Ich hab'n Jetpack Wuhu Ganz schön Ganz schön Ganz schön geil Nichts kann mich jetzt aufhalten Oder? Ich weiß es nicht Ich hoffe es doch Dass der Jetpack noch hält und so Ob da noch genügend Sprit drin ist In dem Dingens Ja, ich fliege da mal ganz bequem Jo Da oben Sind wir auch schon Da müssen wir hin Und da ist er tatsächlich So komm ich jetzt auch irgendwie runter Ah, indem ich einfach loslass Ha 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 Miss Dona Foot Tschau.